servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück in der letzten folge haben wir ein paar neue teile freigeschaltet zum beispiel diese aber los raketenwerfer und noch so ein auto mining blog von dem ich noch nicht weiß wie er funktioniert aber ja schauen wir mal hier wimmelt sie überall so von gegnern nur gut gucken ob es wie wir es mit unseren zwölflichen raketenwerfer mit den großen teilen die leichte aufnehmen können war da was ich denke nicht sah nur danach aus so weiter ich glaube die aber los missalls haben eine größere reichweite als alles andere oder einfach mal da vorher voran fahren irgendwann geben die schon auf das ungute gefühl wir treffen hier gar nichts moment bekämpfen die sich gegenseitig wir müssen halt nur aufpassen wegen deren ihren megaton kanon die können aua machen wenn sie so richtig treffen und ich glaube wir haben auch gerade ein paar treffer kassiert na komm mal zurück ja bisschen schaden haben wir genommen ich glaube diesmal wurden keine teile beschädigt na dann suchen wir uns hier mal eine anhöhe bisschen höhenvorteil scheint ja auch nicht oh ja von da aus können wir richtig gut ballern war das die erste nein wir müssen einfach nur das cockpit anvisieren dann läuft die sache sieht schon lustig aus ne wenn da die ganze zeit die raketen abgefeuert werden die erste ist da na dann dauerfeuer ich glaube wir gehen auch mal ein bisschen näher ran mit dem hammer gleich der wird sich nicht mehr so richtig wehren können hoffe ich die hälfte seiner bewaffnung ist schon ausgefallen da kommt doch gleich jemand zur verstärkung und wird auch direkt erledigt der hat sich einfach nicht einmischen sollen und das war's so mission complete dann bis das teil hier so richtig gelandet ist können wir hier mal was aufsammeln da hinten landet meine box nee das wurde noch nicht gefixt oder doch gehst du auf ach geokorpteile sind ja pure verschwendung wir nehmen ja halt wie immer das ganze zeug hier mit damit wir es verkaufen können und wir könnten uns jetzt noch eine weitere avalors kaufen geld dafür hätten wir jetzt aber ich glaube zwei reichen finden für den moment kann ich einmal kurz wenden dann die teile auch immer ordentlich eingestapelt werden eingelagert wo den dreierblock den hätte ich gerne diese drei blöcke kann man nie genug haben aber ich glaube das gröbste haben wir dann weiter machen wir den da noch blatt äh ist er platt nein jetzt ist er platt ist er ist er das pond direkt der nächste große mit ein paar tanks auf dem dach wenn das nicht mal ein fehler war dann weiß ich auch nicht weiter na komm stell ich mal hier hin und wir gucken mal in der zwischenzeit nach anderen quests capture enemy base mission board ich glaube wir müssten fast schon zum mission board jo fahren wir mal dahin vielleicht finden wir doch die quest die wir benötigen zum beispiel möchte ich die neue mission noch sehen wo das eine venture mobil versucht abzuhauen und wir müssen es dann innerhalb von einer bestimmten zeit platt machen mal gucken ganz ehrlich ich hätte nicht gedacht dass wir so schnell die ganzen teile wieder rankommen also viel kann da ja auch nicht mehr fehlen moment gibt mal kurz das teil hier dann gucken wir mal was uns noch fehlt stand also erstmal zu gso da fehlt uns noch dongle 1 dongle 2 dongle 3 haben wir bereits 5000 was ist das exotik komponent chunk gut ich glaube das ist eher was für die manufacture also für die herstellung nun gucken mal gucken nach der ärmste da gibt es eine belohnung für dich ja schauen wir mal gucken kostet ja auch nichts das sind ja venture teile da könnte nochmal was interessantes drin sein wie beispielsweise wie heißen die teile nochmal so eine avalanche missile mal gucken ich spiele hier wirklich mal mit dem gedanken unser main vehikel hier flugfähig zu machen da könnt ihr euch mal vorstellen wie viele tragflächen es benötigen würde um genug auftrieb zu bekommen hm hier in der wüste scheint nichts los zu sein das waren noch zeiten wo dir wenn du einen meter vor gefahren bist dass direkt vor dir 500 gegner gespawnt sind guck mal da ist was oder jemand so haben wir es ich will mal sagen ja da dürfte nicht viel übrig geblieben sein und wie gesagt wir benötigen noch eine ganze menge zeugs moment ich habe eine theorie muss ich diese ohrminer also diese auto automatischen miner eventuell auf einen speziellen vorkommen platzieren so wie es mit den geothermal generatoren ist wäre eine theorie ob es in der praxis auch so ist keine ahnung aber wenigstens wurden die geräusche also die sauerung der sieht ja gefährlich aus und vor allem hat er mehr feuerkraft als wir nein aber los aber los oh nein oh nein oh nein wow danke ich bekomme hier auch keine energie hier wow da hat uns ja richtig die front zerrissen dabei wollte ich doch nur zum mission board fahren also dieser turm ist gemeingefährlich komplett vergessen dass meine schilde down sind ach guck mal wir haben zumindest schon mal die füße weggeschossen da dass wir momentan kein licht haben haben wir hier einen kleinen vorteil also keine sonne er kann sich ja natürlich nicht wieder aufladen die base war gemeingefährlich also lasst mich doch mal in ruhe nie thee und was anscheinend die base kaputt gemacht ja klar die hat uns auch kaputt gemacht ja 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 du bist wirklich auch wenn du falsch geschrieben bist naja weiter wollte ich hier wirklich hin das jetzt nicht die trading station Was haben wir denn da? Ach so, eine Kanone haben wir angeschleppt. Dann fahren wir halt den richtigen Weg zur Trading Station. Warum denn nicht? Zeit haben wir ja. Bis es wieder Tag wird, damit wir wieder Strom nachfüllen können und das Auto reparieren. Ich glaube, diese Truhe hatten wir ja schon mal, oder? Na, Giyoko-Abteile. Es ist nicht mal was Interessantes drin. Na komm, fahren wir weiter. Ich sagte, wir sollen weiterfahren. Bleibt ja da überall hängen. Ich glaube, jetzt hängt es gleich. Ich glaube, es wird Tag. Ist hier irgendwo ein Gegner? Ach, da hinten. Nun gut. Äh, hab ich eigentlich auch. Ich hatte hier vorne ja auch Cruise Missiles. Die sind jetzt weg. Schade aber auch. Na komm, weiter. Allzu lange kann man hier auch nicht verweilen. Denn sobald die Sonne aufgeht, möchte ich doch schon meine Ladestation aufstellen. Genau, schön brav den Weg freischießen, damit wir nicht alles wegrammen müssen. Wir können natürlich auch diesen Umweg hier fahren. Damit wir nicht überall hängen bleiben, zwangsläufig. Das Vehikel muss ja nicht noch kaputter werden, als es schon ist. Ah, und da vorne haben wir die Trading Station. Ja, jetzt fehlt uns natürlich ein bisschen Feuerkraft. Aber kein Problem. So, here we go. Also bauen wir hier erst einmal unsere Ladestation auf. Eh, Ladestation war unter Energy. GSO. Ja, 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 ja. Beruhig dich, Kleiner. Beruhig dich. Es wird alles wieder gut. Hm. Das war so nicht geplant. So, dann flicken wir mal die ganzen Schäden. Mhm. So, Hawkeye. Ich glaube, das ist ein Dreierblock, oder? Die Frage ist, hatte ich da dicht gemacht? Ich glaube, ja. So, dann kommen wieder meine Rayguns rein. Von denen haben wir ja nur 106. Natürlich muss ich da oben wieder dicht machen. Weil ich halt die Raygun anbringen kann. Sehr schön. Na komm, bauen wir die mal alle so oben drauf. Ja, genau. Selber abschießen. Das ist die Suizidgun. Ach, die kann ich anscheinend nicht anders drehen. Die kann ich auch nicht anders drehen. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Moment. Dann bauen wir dich mal hier kurz aus. Da kommt hier mal eine andere rein. Ah, ich muss jetzt nach oben packen. Dann läuft das. So, ich würde mal behaupten, dass da was fehlt. Waren das Schildblasen? Ich denke, ja. GSO Schildblasen. Besser. Ach, da vorne fehlt wieder unser heißgeliebtes... Wo sind das Teil? Hier, Standardblöcke. Sehr schön. Ansonsten haben wir noch Schäden genommen irgendwo. Naja, ich kann die zumindest nicht ausmachen. Ah, da oben fehlt noch das Teil. Gut. So, da müssen wir jetzt wieder Sachen nachkaufen. 18.000 haben wir. Weg damit. So, Hawkeye. Was kostet mich eine Cruise Missile? 14.000. Ist die teurer geworden? Ist man doch nicht ernst, oder? Ich glaube, ich habe so ziemlich alle Preise angepasst. Moment, wir sind ja hier beim Verkäufer. Da können wir uns mal kurzfristig ein bisschen Geld organisieren. Nehme mich hier. Was bringst du mir? Erstmal gar nichts. 400. 400. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man für das Teil 4000 bekommen hat. Ah, jetzt habe ich das Teil schon wieder angeklickt. Na, gucken wir mal. Da haben wir es ja. Ich finde diese Verkaufsplattformen nicht. Oh, na komm, saug es wieder ein. Dann schauen wir mal, ob wir eventuell... Ne, im Moment falsch. Den Blicken soll es doch leichter gehen, oder? Ja, hier haben wir ein Point. Hier haben wir ein Point. 78. Da kann ich ja fünf Jahre lang hier rumstehen. Bis ich die ganzen Teile gekauft habe. Weißt du was? Geh mal hier zu Venture. Ne, du sollst die Sachen kaufen. Das ist ja immerhin nur 8.000. Dann habe ich uns diese zwei Teile wieder. Ja, jetzt konnte ich dich nicht mal abfangen. Immer so schöner. Dann kommst du hier hin. Braucht ihr mehr Cruise Messers, aber gib mal jetzt die Missionen hier. Oh. Delivery Crate up. Nehmen wir mal Venture Jäger 1. Geocorp Jäger 1. Nehmen wir mal alles an uns. Und Batteriestatus sagt voll. Na dann, aufsammeln. Na komm, komm, ein paar von den Teilen kann ich da definitiv einsammeln. Äh, ich meine verkaufen. Soll ja nicht unser Schaden sein. So, sind da jetzt noch ein paar Quests dazugekommen. Und du drehst dich auf den Kreis, weil da noch ein Teil im Weg steht. Natürlich. Dann sammeln wir es eben ein. So sind da noch ein paar Missionen dazugekommen. Der Jäger 4. You are a winner. Congratulations. You've been randomly selected in your free price draw. A delivery crate contain what? Hä? Ich bin ein Gewinner? Nun, ich würde mal sagen, diese You are a winner Mission sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich bei fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020